Der Yorkshire Terrier, ein kleiner Wirbelwind mit großer Persönlichkeit Wenn es um Hunde geht, gibt es eine Rasse, die in Deutschland besonders beliebt ist, der Yorkshire Terrier. Mit seinem charmanten Aussehen und seinem lebhaften Wesen hat er sich schnell in die Herzen vieler Hundeliebhaber geschlichen. Aber was macht diesen kleinen Kerl so besonders? Hier sind einige faszinierende Fakten und Informationen über den Yorkshire Terrier, die neue Hundebesitzer unbedingt wissen sollten. Zunächst einmal ist der Yorkshire Terrier eine kleine Hunderasse mit einer großen Persönlichkeit. Obwohl er nur etwa 20 Zentimeter groß ist, steckt in ihm eine Menge Energie und Lebensfreude. Sein Name ist übrigens eine Hommage an seine Herkunft, die Grafschaft Yorkshire in England. Dort wurde er ursprünglich gezüchtet, um in den Kohleminen nach Ratten und anderen Schädlingen zu suchen. Heute ist er allerdings eher als treuer Begleiter und Familienhund bekannt. Ein weiterer Grund, warum der Yorkshire Terrier so populär ist, liegt in seinem Aussehen. Mit seinem seidigen, langen Fell und den charakteristischen hell-dunkelblauen Farben zieht er die Blicke auf sich. Viele Besitzer lassen sein Fell regelmäßig professionell pflegen, um seinen Charme noch zu verstärken. Aber Vorsicht, trotz seines schönen Äußeren ist der Yorkshire Terrier kein Schoßhündchen. Er ist ein aktiver Hund, der viel Bewegung und geistige Herausforderungen braucht, um glücklich zu sein. Obwohl der Yorkshire Terrier klein ist, hat er einen großen Mut. Er ist bekannt dafür, sich gegenüber größeren Hunden oder sogar Menschen behaupten zu können. Diese tapfere Natur macht ihn zu einem ausgezeichneten Wachhund, der seine Familie beschützt und vor möglichen Gefahren warnt. Aber keine Sorge, er ist auch ein liebevoller und treuer Gefährte, der gerne schmust und seine Zuneigung zeigt. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Haltung eines Yorkshire Terriers ist seine Erziehung. Obwohl er intelligent ist, kann er manchmal ein wenig dickköpfig sein. Es ist daher wichtig, von Anfang an klare Regeln aufzustellen und ihm mit Liebe und Konsequenz beizubringen, was er darf und was nicht. Eine gute Sozialisierung ist ebenfalls von großer Bedeutung, um sicherzustellen, dass er sich mit anderen Hunden und Menschen gut versteht. Trotz seiner kleinen Größe kann der Yorkshire Terrier auch ein guter Familienhund sein. Er ist verspielt und energiegeladen, was ihn zu einem idealen Spielkameraden für Kinder macht. Allerdings sollte man darauf achten, dass er nicht zu grob behandelt wird, da er aufgrund seiner Größe leicht verletzbar sein kann. Abschließend kann man sagen, dass der Yorkshire Terrier eine wunderbare Hunderasse ist, die viel Freude und Liebe in das Leben ihrer Besitzer bringt. Mit seiner einzigartigen Persönlichkeit, seinem charmanten Aussehen und seiner Tapferkeit hat er sich zu Recht einen Platz in den Herzen vieler Menschen erobert. Also, wenn du auf der Suche nach einem treuen und lebhaften Begleiter bist, der dich zum Lachen bringt und dein Leben bereichert, dann könnte der Yorkshire Terrier genau der richtige Hund für dich sein. Bei der Ernährung und der Erziehung des Yorkshire Terrier sollte man was beachten? Bei der Ernährung eines Yorkshire Terriers ist es wichtig, hochwertiges Hundefutter zu wählen, das speziell auf kleine Rassen abgestimmt ist. Es sollte alle erforderlichen Nährstoffe enthalten, um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes zu unterstützen. Es ist ratsam, sich an die empfohlenen Fütterungsmengen zu halten und regelmäßige Mahlzeiten anzubieten, um das Gewicht des Yorkshire Terriers im richtigen Bereich zu halten. Es ist auch wichtig, den Ernährungsbedürfnissen des Yorkshire Terriers gerecht zu werden, da sie dazu neigen, empfindliche Verdauungssysteme zu haben. Es ist ratsam, auf Tischreste und menschliche Lebensmittel zu verzichten, da diese zu Magendarmproblemen führen können. Bei der Erziehung des Yorkshire Terriers ist es wichtig, eine positive und konsequente Methode zu verwenden. Diese Hunde sind intelligent und lernwillig, aber sie können auch eigensinnig sein. Eine gute Sozialisierung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Yorkshire Terrier gut mit anderen Hunden und Menschen umgehen kann. Es ist wichtig, dem Yorkshire Terrier klare Regeln und Grenzen zu setzen und ihn konsequent zu trainieren. Belohnungsbasiertes Training mit Leckerlis und Lob ist oft effektiv. Da sie kleine Hunde sind, sollten sie nicht überfordert werden und kurze, aber regelmäßige Trainingseinheiten sind empfehlenswert. Es ist auch wichtig, dem Yorkshire Terrier ausreichend Bewegung zu bieten, obwohl sie aufgrund ihrer Größe keine großen Mengen an körperlicher Aktivität benötigen. Tägliche Spaziergänge und Spielsitzungen sind ausreichend, um ihre Energie zu kanalisieren und ihre geistige Stimulation zu fördern. Achte bei der Ernährung deines Yorkshire Terriers darauf, hochwertiges Hundefutter zu wählen und auf die individuellen Bedürfnisse zu beachten. Bei der Erziehung ist eine positive und konsequente Methode wichtig, während Sozialisierung und Bewegung ebenfalls berücksichtigt werden sollten. Die Geschichte des Yorkshire Terrier Der Yorkshire Terrier ist eine kleine Hunderasse, die ihren Ursprung im 19. Jahrhundert in England hat. Die Geschichte dieser Rasse beginnt in der Region Yorkshire, wo sie für die Rattenjagd gezüchtet wurde. Die Vorfahren des Yorkshire Terriers waren wahrscheinlich verschiedene Terrier-Rassen, die von schottischen Einwanderern nach Yorkshire gebracht wurden. Diese Hunde wurden für die Jagd auf Ratten und andere Nagetiere eingesetzt, die in den Textilfabriken der Region eine Plage waren. Im Laufe der Zeit wurde der Yorkshire Terrier immer beliebter und begann sich von anderen Terrieren zu unterscheiden. Die Züchter begannen, gezielt bestimmte Eigenschaften zu züchten, wie zum Beispiel die charakteristische blaue und goldene Fellfarbe sowie das lange, seidige Fell. Der Yorkshire Terrier wurde erstmals auf einer Hundeausstellung im Jahr 1861 in England präsentiert und erregte sofort Aufmerksamkeit. Die Rasse wurde schnell von der Oberschicht entdeckt und als Modehund populär. Im Laufe der Jahre wurden die Yorkshire Terrier immer kleiner gezüchtet, bis sie ihre heutige Größe erreichten. Sie wurden auch als Begleithunde immer beliebter und wurden oft von wohlhabenden Damen in der Gesellschaft gehalten. Während des Zweiten Weltkriegs waren Yorkshire Terrier als Rattenfänger bei den britischen Soldaten sehr beliebt. Sie wurden auch von amerikanischen Soldaten mit nach Hause gebracht, was dazu beitrug, die Rasse weltweit bekannt zu machen. Heute ist der Yorkshire Terrier eine der beliebtesten Hunderassen der Welt. Sie sind bekannt für ihre Intelligenz, ihren Mut und ihren verspielten Charakter. Obwohl sie klein sind, haben sie oft einen großen Persönlichkeitsumfang und sind treue und liebevolle Begleiter. Die Geschichte des Yorkshire Terriers zeigt, dass diese Rasse von bescheidenen Anfängen als Arbeitshund zu einem hochgeschätzten Begleithund geworden ist. Ihre charmante Erscheinung und ihr liebenswertes Wesen machen sie zu einem beliebten Haustier für viele Menschen auf der ganzen Welt.